Das katarische TV hat die deutsche Mannschaft nach dem frühen Ausscheiden in der Gruppenphase verhöhnt. In einer WM-Sendung nach dem Deutschen auswinken die Gäste und die Moderatoren mit zugehaltenem Mund in die Kamera. Und so verabschieden wir Deutschland von dieser WM, sagte der Moderator. Damit deuteten sie die Protestgeste der deutschen Mannschaft im ersten Spiel gegen Japan an, als sich die Spieler beim Mannschaftsfoto die Hand vor den Mund hielten. Die Mannschaft hatte so auf das FIFA-Verbot zum Tragen der One Love Armbinde reagiert und wollten so gegen die Zensur des Gastgeberlandes und der FIFA demonstrieren.